Hier erstmal Dings hin Machen wir erstmal direkt ein Schwert rein So Zack her damit Wieso kommt hier denn nichts? Ist denn die etwa über mir? Angst, dass du so einen Creeper rein plumpst Seitlich von mir Super, jetzt ist die Spitzhacke kaputt gegangen Also ich verstehe es, wenn ich grabe jetzt einfach weiter runter und Schluss, fertig, aus Der ist endgültig Schluss Immer schön weiter in die Tiefel Huch, was haben wir denn da? Da sieht man ja ganz nach komischer Dungeon-Welt vielleicht aus Ja, und so sieht es aus, als ist ein Dungeon Juhu, wir haben ein Dungeon gefunden Juhu Mit einem Zombiespawner Das ist ja geil Das ist ja echt geil Also hier können wir direkt eine XP-Farm draus machen eigentlich Ha, 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 ha Find ich einfach nur genial Das Spawn schon der nächste nach Also das ist wirklich genial Können wir direkt Unsere Ja, den Spawner lass ich auf jeden Fall da Ich muss hier auf jeden Fall nur ein bisschen ausleuchten So, mach ich hier mal ein bisschen das Zeug ein Hier, Redstone Ach, da brauch ich, da brauch ich ne Metall für, ne Keine Fucker mehr Na, aber genug Zeug, um mir welche zu machen Da nehm ich hier mal die Hälfte Zack Da haben wir einmal 64er Nein, nein, das ist nicht gut Das ist nicht gut Nein, das ist gar nicht gut Scheiße, nein Ach nö, das gibt's nicht, oder? Das kann jetzt nicht wahr sein, oder? Ach, Scheiße, muss man ganz schnell unser Zeug holen Ach, das ist immer dasselbe mit diesen Dingern Die gehören doch alle eins nach dem anderen verklappt, gehören die Ach, noch Spannung, ich hab ganz die Zeit vergessen Jetzt muss ich leider noch eine Folge anstreben Wohl, was heißt hier leider? Ich mach's ja eigentlich gerne, aber Das ist halt bloß die Sache, ich weiß nicht, ob die nun funktioniert hat Ob mit dem Aufnehmen allen und drum und dran und So weiter eben Da kann man sich ja nicht richtig sicher sein So, hol ich mir mal mein Zeug zurück Ja, ich hab mir ja gerade einen Schmerk gemacht, ich voll idiot, das ist ja ein Kopfloser Dauerte Jahre, bis man da die Oder mich das ja überhaupt noch gestorben ist Ich dachte, ich hätte die extra ausgelöchtet, aber ne No, please Wenn man so ein Spawner da lässt, ist es immer so die Gefahr, ne? Dass man hier ein bisschen geschlachtet wird von diesen Viechern Das Zeug könnte mittlerweile schon lange weg sein Jetzt reicht es mir, aber jetzt hol ich mir mein Schwert Jetzt wird hier aufgeräumt, ne? So, jetzt wird hier aber echt mal Also das ist ja echt, ey, katastrophal ist das Was die mir bieten wollen Das lass ich mir nicht bieten So, jetzt packe ich mir erstmal ne Dix aus Jetzt wird hier ausgeleuchtet Jetzt wird hier definitiv ausgeleuchtet Jetzt ist Schluss im Karton Können sie jetzt komplett abhaken, dass hier noch irgendwas spawnen wird So, hier noch Da So, spawnt hier erstmal gar nichts mehr Jetzt mach ich hier auch erstmal dicht So ein ganz einfacher Grund, weil ich keine Lust auf diese Zombies hab Der eine Tod reicht mir Wie? Wie? Habe ich jetzt nicht auf meine Lebensanzeige geachtet? Und auf meinen Hunger? Das ist natürlich ein bisschen schlecht Jetzt muss ich da schon wieder runter Dann mach mich ein Zombie mit einem Schlag, tut es da Das ist doch, Mann Ab runter geht's Ah, Mann Ich bin angepisst Kann doch nicht sein, dass die hier So, ne Kann doch nicht wahr sein, ey Ja, wir brauchen Das gibt's selbst doch nicht Das kann Ich glaube es nicht Ich glaube es einfach nicht Leute, ich hab hier fucken gesetzt ohne Ende Ich hab hier sicherlich noch ein Schwert bevor das Zeug weg geht Ich hol mir jetzt ein Schwert aus der Truhe So, oder machen wir trotzdem ein Iron Schwert So, zack Zwei von denen So, äh, jetzt komm her Hab ich das ganz vergessen, dass ich das wieder rein tun muss Geil, so, zack Jetzt geh ich da runter, aber mit Hyperspeed Wenn ich das echt anpissen würde, wenn das Zeug jetzt weg wäre Das wäre eine Katastrophale Kacke Vor allem mein Level Mein Level ist so schön weg jetzt Und das ist das Die Experien kommen ja alle nicht so ganz zurück Eher so halbe Sachen sind es dann Ja, so ganz schnell, ganz schnell Bitte, 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 bitte Ich will nicht, dass es weg ist, komm schon Na, beeil dich mal so ein bisschen Mit Iron Schwert werde ich jetzt 100% nicht besiegt werden Von den Dingern Die das gar nicht können Hier Guck mal, wie weit hier schon gekommen sind Diese Nutten Spawns hier schon Spawns hier schon das WTF Alter, das ist ja Nicht mehr lustig Kommt denn die ganze Scheiße nur her Jetzt leuchtet hier wirklich Pust aus Also da kannst du So Hier noch, da noch So Da noch ausleuchten Da noch ausleuchten Hier noch ausleuchten Da noch ausleuchten Da noch ausleuchten So Jetzt ist hier wirklich Alles ausgeleuchtet Auf jeden Fall Das dürft ihr gar nicht mehr spawnen können Rein theoretisch Da dachte ich gerade, da ist einer Ah, das ist doch Ein Eimer, Eisen Ein Eimer und Gunpowder oder was Auf jeden Fall Sehr geile Sache, die wir gefunden haben Am Dungeon Wird auf jeden Fall super als Monster Ähm, Dings Äh, äh, als Xperine Dings der Boomstar Genutzt werden So Dann machen wir das Huch Kommt das jetzt Lol, das ist mir vorher nicht aufgefallen Wunderbrot Jetzt weiß ich gerne, wie lange ich Aufnehmen muss Okay, bis 25 Ähm, so Das sind auch nur Einschätzungen von mir Also ich kann jetzt nicht mit 100%iger Genauigkeit sagen, dass ich Ähm, dann die Minuten voll habe Ich hoffe es einfach mal Wenn nicht, dann ist ein Part eben mal kürzer Ich hoffe, das macht euch nicht allzu viel Hier So, eine Türe Die machen wir direkt mal hier hin So, zack, dann kommt die ja auch nicht mehr rein Wenn wir da mal Lust haben, machen wir hier drüber einen dunklen, leeren Raum Und machen dann, ähm Hier, eine Treppe hoch, dass wir dann dort so ein kleines Fenster haben, wo wir die dann immer schlagen können Jo, auf jeden Fall macht man das dann so Und, ja, da ich jetzt sowieso schon Eisen habe Und, ähm, zeugt er sich auch Das ist so viel, was ich hier in meinem Inventar schon wieder drin rumliege habe Das ist eindeutig zu viel So Kabel Kabel Gumpa oder Ob der nicht, das brauche ich eigentlich gar nicht, das lass ich mal drin aber Coca-Beans Das da, kann ich gut gebrauchen, so Hier das da ebenfalls, na gut Hier, zack Weizen, das ist gut, auch schon wieder hier und Jo, ne, was schmeiß ich nicht weg Das wäre vielleicht der gute alte Keine Ahnung Das ist jetzt wirklich Ach du Kacke, da kommt sie schon wieder hin Haben sie wieder ihren Weg gefunden Aber allein wegen der Superion Ich höre mal eben die Türen auf Weil ich jetzt doch ziemlich viel verloren habe Level 4 Ja So, dann mach ich mir jetzt mal kurz eine Eisenspitzhacke Wegen der Redstone Sache Und allgemein wegen Rohstoffen, die sich nur mit Eisenspitzhacke abbauen lassen Jetzt hab ich ordentlich Zombiefleisch bekommen, was ich eigentlich eh nicht essen werde Ach du Kacke, ja dort schmeiß ich jetzt das Zombiefleisch weg Das verrottete Zeug da Das verrottete Zeug da Da will doch kein Mensch essen Vor allem das geile ist, dass habe ich noch Eisen da durchgefunden Juhu Oh, jetzt muss ich dabei hier eh sonst Zombiefleisch spawnen Mach ich hier am besten direkt mal eine Dings hin Noch nichts gespawnt Hier noch eine hin Da noch eine hin Ups, das war die falsche Aber das war so So, zack Hey, das ist der Hammer eigentlich Es sind hier alle oben drüber Das wird noch so geil hier Wird auf jeden Fall sowas von Hammer Das war zwar nicht die Ernte, die ich mir erhofft hatte Aber auf jeden Fall schon mal sehr genial, finde ich Und wir haben schon mal ein bisschen Dings Und ich glaube ich kümmere mich jetzt auch noch um die Felder Also wird doch noch eine Folge drangehangen Also 25 dann plus 15 sind dann 40 ne Ja, hoffe ich mal Ja, sollten 40 sein Nach meinen mathematischen Kenntnissen Das wird auf jeden Fall hier glaube ich vielleicht noch ein bisschen komfortabler gemacht Oder auch nicht Mal sehen So Hier wollte ich noch ganz viele Drohnen hin machen, die noch gar nicht alle gemacht sind Das soll die Fackel hier Das ist ja eine grobe Beleidigung gegen meine Augen Hier noch eine hin, da auch eine hin So, wegen der Symmetrie da zwei Naja, also nicht dass ihr jetzt fragt Hey, warum hast du denn das wein gemacht? Das ist ja total Unlogisch Gibt ja gar kein Sinn Oben noch genug, die kann ich jetzt gleich mal holen Da einsortieren So und wie spät ist es So bis 40 hatte ich gesagt, ne Ähm, da packe ich die hier noch rein, cleanstorm packe ich ebenfalls rein Eigentlich würde ich ja das Feld machen, jetzt würde ich gleich Kisten sortieren, das ist ja Krank ist das Krank ist das einfach nur Ups, da würde ich jetzt im Menü gehen Die, wie sie es, die packe ich noch mit oben drauf Die sind kostenlos, dann kommt noch das mit rein Dass ich dann gleich alles braun werde Also die Geräusche von den Spinnen, das ist ja pervers Hm Naja, wo habe ich denn die Koppel? Die Koppel habe ich, die Koppel, die Koppel, die Koppel Okay, dann macht's gut Leute, bis zur nächsten Folge Okay